The power of the dark side Der hat bestimmt auch sein Alter eingefohren. Ich mein, findest du, dass sie gut aussieht? Ich weiß, was ihr jetzt alle denkt. Kann das wahr sein? Stimmt all das, was man sich über ein Leben bei Joker Enterprises erzählt? Ich fürchte, ja? Alles wahr! Aber seht es mal positiv. Wenigstens wisst ihr auf, was ihr euch daheim lasst. Und ich kann euch eins versprechen. Ihr bleibt für immer. Ernstliche Gegner sind hier fast lang. Achso, hi! Autsch! Immer wenn ich in der Ausschale will, dann erwischen sie mich. Hoppla! Oh, jetzt hat er aber ausgedeckt. Drei so im Lauf weggemacht. Klingelndes Telefon in Reichweite. Okay, was ist das jetzt? Hallo, Batman. Kennst du meine Stimme noch? Nein. Victor Zass. Höchstpersönlich. Freut mich, dass du dich erinnerst. Ich werde dich nie vergessen. Ich habe mir ein ganz besonderes Spiel ausgedacht, Batman. Nur für dich. Klingeling. Klingeling. Okay. Das war der Messertyp. Haben wir den denn nicht ausgeschaltet? In Aktion. Silent. Wenn man hier irgendwelche komischen Pflanzen sieht, hat man Poison Ivy gefunden. Und das ist grundsätzlich schlecht. Okay. Komische Pflanze. Poison Ivy. Verstanden. Wie gibt es hier irgendwo einen Tatsache, wenn ihr hier erfüllt ist? Nein! Bei einigen wäre ich schon froh, wenn es nur die schlechtesten wären. Die meisten von ihnen haben die wenigsten Grenzen des Intelligenzformes gestreift, als sie vom Himmel fielen. Aber wisst ihr was? Es ist mir egal. Es ist mir egal. Es ist nicht mehr erst, es. Das letzte, was er gebrauchen kann, ist ein Tatsache, der Superheld. Wir sind ein Genesungsprozessör. Das kommt dann hier Spieler ins Spiel. Ihr müsst das Halberg bewacht. Beschützt das mit eurem Leben. Na, Jungs. Klar bin ich nicht, dass ich sterbe, sondern du bist jetzt echt mal auf die Schuld. Wow. Es muss einen Weg geben. Was würde Batman tun? Sehe ich wie Batman aus? Nein, ich meine, er würde reinkommen. Was glaubst du, wie? Er würde seinen Greifdings benutzen. Vermutlich käme er dann durch den Haupttunnel rein. Klasse. Hast du so eins? Nee. Okay, nur damit das klar ist. Der einzige Weg da rein führt durch die Hauptkühltunnel. Vermutlich. Die Tunnel, die voll kochendem Wasser und giftigem Gras sind. Tja, wir könnten ein Boot bauen. Und das Gras. Alfred, ich muss irgendwie in das Sionis-Stahlberg reinkommen. Haben Sie es mit der Vordertür versucht, Sir? Wieso bin ich da nicht selbst drauf gekommen? War offenbar zu leicht. Mal sehen. Wenn alle anderen Zunäge verstanden sind, wäre der einzige Zugang... Nein, das ist Selbstmord. Der Hauptschornstein? Okay, also dann... Okay. Wow. Ja, das hätte man dann wohl geschafft. Na, was mache ich denn durch? Für uns verkehrt. Hm, halt. Ah ja. Der Dampf aus diesem Ofen wird mich lebend kochen. Ich muss die Kohle irgendwie herunterkühlen. Ja, dann nimm man doch mal die Krall. Und dann zieh man doch ein bisschen. Und dann passt die Sack. Das ist schon richtig. Ja. Ich dachte, ich muss an dem Rädchen drehen. Und jetzt? Gott, was rumgespringe. Ah, ja, ja, hab's schon verstanden. Ich kenne mal alles aus, Arkham. Sion! Was soll ich jetzt machen? Ich versteh's nicht. Ah, doof. Ja, Joker will, dass man ihn für krank hält. Dann zack, erwischt. Weiß nicht, Mann. Sieht ziemlich krank aus. Meinst schlimmer als... Wee! Hab ich euch nicht etwas Unterhaltung versprochen, Jungs? Bitte, ich hab alles versucht. Tja, hätte es nicht mehr anstrengen sollen. Ich habe jetzt nicht reingeschaut. Die Quacksalberin hat Mr. J hängen lassen. Und ihr wisst, was das bedeutet. Helm mir! Halt! Planänderung. Bring sie in die Schmelzkammer. Mr. J will, dass sie ruhig noch etwas länger leidet. Du kommst mit uns mit. Raus mit dem Rest von euch Idioten. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Geht zum Schneemann und bringt ihn hierher zurück. Sofort! Er wird dafür bezahlt, dass er Mr. J über den Tisch gezogen hat. Holt ihn her! Der Dampf blockiert den Ausgang. Wenn ich dem Rohr folge, müsste ich eine Möglichkeit finden, ihn abzudrehen. Ja, sie klang sauer. Was hat denn mit Volker und diesem ganzen Mist zu tun? Was weiß denn ich? Seit kurzem dreht sie doch ständig durch. Joker ist vermutlich scheer. Er hat ihn zu Hause. Hätten gedacht, dass er sie ewig tut. Weißt du, was ich meine? Vielleicht hat es ja was zu tun, um Arkham Island zu tun. Du hast gesehen, was passiert ist, oder? Nur das, was man im Fernsehen sehen konnte. Er war sowas wie ein verdammtes Monster. Er war riesig. Ich dachte, der fängt jeden Moment damit an, Hubschrauber vom Himmel zu schlagen. Kurz danach sieht er wieder völlig normal aus. Ja, normal. Also sehr normal ausschaut. Na ja, okay. Er sah alles wie Joker. Ja, es war komisch. Ich glaub das nicht. Das gehört alles zu Jokers Plan. Ganz sicher. Wer überlebt das? Der verarscht Batman. War nicht, dass ich ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Ich denke, wir machen das wahrscheinlich schneller wie ich. Hallo! Ich nehme dich auseinander. Dann, komm, 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 komm. Da, einer, aus. Autsch! Ich bin zu Boden. Für immer. Du wärst ja schon. Nö, nö, das glaub ich nicht. Da, komm, 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 komm. Uh! Fang! Brotty. Und aus. Was zum Teufel machst du hier? Du solltest doch tot sein! Egal. Du kommst nicht an Mr. J ran. Wir sind hier oben in Sicherheit. Kannst du ruhig da unten bleiben und verbrennen. Verbrennen? Alfred, ich habe den Joker gefunden, aber ich komme nicht ran. Ihnen fällt sicher eine Lösung, ein Sir. Ja, ganz bestimmt. Ich habe gesehen, wie eine Ärztin verschleppt wurde. Ich suche sie und kümmere mich dann um den Joker. So. Hm. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal. von ihrem rahmen was haben wir dann doch haben wir noch nicht wirklich was dafür kann man dem gerät oder was machen was war das ist das klettern kann man da irgendwelche ausgehen okay vielleicht ist es einfach in einem anderen raum wie das auf geht das wissen wir ja das dass diese sicherheitskonsole kann man nur mit den codes der stadtverwaltung deaktivieren ja und haben wir die noch nicht ja hüttler weiss ich sie haben diesen durchgang gesichert ich muss eine andere möglichkeit finden an jokers männern vorbeizukommen hast du angst was ist nur los mit dir versuchst du einen verdammten elefanten umzulegen es ist er ist hier er wird uns schnappen hast nein hast ihn erwischt ganz bestimmt nachsehen ich gebe dir deckung du kannst mich mal geht du ich gebe dir ich habe ihn getroffen du gehst hör zu wieso bleiben wir nicht beide hier und geben uns deckung ja ok gute idee sind das schwachkämpf wie kriege ich dennne ich will dennne hängen so der wäre schon mal ausgeschaut jetzt gucken wir mal wie der doppel move funktioniert ok das kriegt man einfach a gebott hallo ist das ding an behalte es für dich ich glaube batman könnte hier sein wenn du ihn siehst erschien ihn ok da ist noch so typ ok doppeltes ausschalte hast du das geräusch gehört dass die letzte ärztin gemacht hat so etwa wie viele haben wir noch im raum so der evil ist einer da ist einer guter und zwar doch einer haltet batman auf jungs bitte nicht noch mal hält die alte ein die liebste sorry doc alle sagten wir sollten wir wehtun was zu können wir schreiten er ist hier was sie nicht meinen übernehmen die türen oje ob das klappt doch man anscheinend kommt jemand um dich zu da draußen ist es still geworden bleib hier ich gehe mal nachs hohohohoho sehr cool tja und so hätte man das erledigt war ganz interessant was ist denn mit ihm in seinem blut ist irgendwas eine art von toxin es bringt ihn um er gibt etwas namens titan die schuld titan ja weißt du wovon er da redet er spricht auch ständig von seinem letzten lachen oh doc ich dachte diese information sei vertraulich was ist los woher weiß sie was wir gesagt haben verrammelt diese tür jungs und zwar richtig wir wollen doch nicht dass uns das ungeziefer entfischt was wenigstens kommen sie nicht rein wir sind in sicherheit oder warten sie hier doktor was zum henker machst du da ich suche einen weg hier raus jemand muss den joker aufhalten bleiben sie hier neues gadget verstecken sie sich wenn sie jemanden kommen hören ich komme wieder die stanz stromladung ja bei mir mal das ding doch noch gleich in action aus was ok kampfpanzer schockwellen angriff ich bin eher für kampfpanzer ja bitte danke ja findest du ein bisschen doof dass da immer die maus von zwischendrin angezeigt wird ähm wir müssen wohl da hoch häp ne 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 da hin kampfpanzer bei net dem quinn hat mich zeit gekostet ich muss weiter joker suchen wenn wir diesen mal ja aber für was ist das man 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 erklärungen ich sollte zurück zur ladebucht gehen nur so komme ich zu joker